liebe leute da sind wir wieder immer noch in kapstadt ich habe mal ein bisschen rumgeschraubt an den grafikeinstellungen die maus geht jetzt zumindest etwas flüssiger dafür sieht vielleicht nicht mehr ganz so schön aus wie vorher was heißt schön so richtig schön ist das spiel ja jetzt nun nach heutigen maßstäben auch nicht mehr es ist immerhin ich gucke gerade mal hier auf die hülle des spiels ja es ist auch schon vier jahre alt und damit etwa so alt wie meine rechner naja ok kriegen wir schon hin oder passt schon so die arme wurst hier mit der mal ein bisschen geschnaggelt aber wir haben auch eine mission und zwar sollen wir nach wie vor ein bisschen rum für unsere kameraden zusammen sammeln und da gucken wir uns jetzt erstmal an was es hier so gibt was ist denn das die strahlenden farben afrikas was ist das für laden der abenteurer ausröster der schlaue hei der abenteurer ausröster ok alles klar der schlaue hei was ist das diese wünsche rute findet garantiert alle todesfall diese wünsche rute findet garantiert alle todesfall da steht alles was das abenteurer herz begeht immer was haben wir hier haben sie nie wieder angst vor diesen furchtbaren felsblöcken stopper für den großen haben sie nie wieder angst vor diesen furchtbaren felsblöcken zum tragen deines begleiters okay das war wohl ein kleiner seiten hier wechselt noch mal der screen aber hier sehen wir wie wir sehen nichts ich muss gleich mal testen ob es die tipps gibt mit der leertaste ne die gibt es in dem spiel auch nicht also diese kamerafahrten sind sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig muss ich sagen gehen wir mal in den in den in den laden rein in den laden rein tag junge frau was für einen hübschen kleinen laden er hat ja wunderschöne schnuckeln wir mal ein bisschen wie schön ein weiterer kunde von weiter sie haben sicher noch nicht viel erfahrung mit abenteuern doch äh von wegen mein junger freund von wegen ich bin ein meister abenteurer verdammt vielleicht gefällt ihnen trotzdem das eine oder andere von meinem abenteurer plunder hört sich ja sehr verlockend an wissen sie kapstadt ist das tor zu afrika und afrika ist heutzutage der gefragteste kontinent für abenteurer hunderte abenteurer kommen wöchentlich in kapstadt an synchronstimme von bill pullman habt ihr auch gleich erkannt auch noch jemand anderen synchronisiert aber ich habe ja schon gesagt was dieses spiel an synchron sprechern auffährt das ist schon fantastisch muss ich sagen okay wie viele entschuldigt dass ich die gesprächsszenen immer so ein bisschen unterbreche aber wenn mir sowas einfällt muss ich das gleich sagen wie viele kommen dann wieder zurück wir sind ein bisschen höflich nur und wie viele kommen wieder zurück mindestens einer oder zwei im laufe eines jahres also wenn sie etwas kaufen möchten sagen sie mir einfach bescheid ja erstmal nicht lassen wir ein bisschen quatschen ja bitte jetzt kann ich was kaufen ich habe doch kein geld ich möchte etwas kaufen wie schön wie viel geld wollten sie denn so ausgeben ich muss wohl erst mein geld holen es muss ihnen nicht peinlich sein wenn sie mittellos sind nein nein ich habe das geld im schiff versteckt damit meine beiden matrosen es nicht hin dann sollten sie es besser holen gehen vor allem nachdem sie das jetzt durch den ganzen laden geschrien haben so was gibt es denn hier schönes was ist das vielleicht sind das schatzkarten ja wahrscheinlich sind es aber billige kopien um abenteurer zum narren zu halten okay ein allwetterfeuerzeug ein besonders ergiebiges schmierölkonzentrat und ein präzisionskompass wenn das nicht drei dinge sind die man in einem point and click adventure unbedingt haben sollte dann weiß ich nicht was man in einem point and click adventure unbedingt haben sollte was ist das er scheint ein sehr beschäftigter mann zu sein der papierstapel ist ein sehr beschäftigter mann er scheint ein sehr beschäftigter mann zu ach so er schließt das aus dem papierstapel habe ich verstanden ja bitte ich komme später ich habe die falsche taste gedrückt entschuldigt bitte die steuerung muss ich mir erst noch gewöhnen das ist halt auch in jedem dieser adventure ein bisschen anders er sieht ein wenig schäbig und wenig vertrauensvoll aus okay aber ich dachte der wäre so toll eine ziemlich kleine dose für den preis auf den ersten blick wirkt es allerdings nicht besonders wetter muss mir auch alles madig reden kumpel was ist das furchterregend ein hai der hängt da in der decke oder was nur feiglinge haben sowas auf ihren schiff rettungslinge oder um den bauch rum so wie ich was ist das interessant das ist aber schwer zu anzuklingen hier eine outdoor schere wackelt ein wackelt ein bisschen senden sie ihre sagenhaften und wilden abenteuer an die geliebten zu hause jetzt gerade nicht eine müslischale nicht sehr schön aber wen kümmert es wenn es mit leckerem müßli gefüllt ist was ist das ich liebe blaue kisten sind toll und lauf doch nicht immerhin und einen quarter main reihe gerade veröffentlicht hat quarter main geil wer war quarter main noch mal richard chamberlain ne okay die stammesmaske ist also kitsch was ist das ich habe schon einen auf meinem schiff ok königliche holländische post hier geht's raus die dinge in meinem hof stehen nicht zum verkauf sorry wollte nur gucken sorry ein seil ein seil braucht man immer da hast du recht dr t's finest soweit das auge reicht ok dr t's finest er spielt all die großartigen hits wie wagner schön sind das die zähne zu dem richtige haifisch zähne ja okay das bringt uns alles nicht so richtig weiter hier ne was ist das diese kamera ich sollte ihr nicht zu nahe kommen das ist ein bisschen altmodisch finde ich ja ein krempenhut eine peitsche eine braune lederjacke jetzt sieht man hat die kleidung weggenommen nein was gibt's da drinnen ein vorhack sind sie verrückt was muss ich da sehen lassen sie die junge dame in ruhe halt die klappe hey was fällt dir ein eine beharte dame tut mir leid mit dem hier gibt's bestimmt ja nicht schlecht der service hier in kapstadt und wusstest du dass es für dich gleich noch blaue augen gratis dazu gibt sei doch nicht so böse häschen ein vorhang ob ihr will reden ach wie ungezogen na komm ich wollte nur sehen ob es nochmal funktioniert und ich wollte nur sehen ob endlich ein ganzer kerl zum vorschein kommt sie hat was drauf ach alle guten dinge sind drei deswegen musste das jetzt auch nochmal sein okay was bist du für ein vogel ein abenteurer du siehst eher aus wie ein horst das heißt ja wie jetzt naja ich meinte wie schon wieder einer dieser runtergekommenen abenteurer die ihr glück in afrika suchen beweisen sie dass sie erfolgreich waren nichts leichter als das ich war auf den kanaren und habe dort sagenhafte geschäfte gemacht die story soll jetzt ein beweis gewesen sein oder was Beweisen Sie, dass Sie auf den Kanaren waren. Ich habe hier eine Flasche norwegischen Rums. Wenn das nicht Beweis genug ist, darauf basiert mein großer Reichtum. Die Eingeborenen sind ganz verrückt nach dem Zeug. Er hat Ruhm. Sie machen Eingeborene betrunken? Toller Job. Naja, wenn ich stattdessen arbeitslos wäre, dann wäre ich betrunken. Da weiß ich doch, was mir besser gefällt. Äh, uff, ja. Beweisen Sie, dass Sie reich sind. Ähm, hier. Nimmen Sie die Flasche einfach. Ich habe ja noch hunderte davon. Ha, was ein Trottel. Ha, 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 ha. Das war aber einfacher, als ich dachte. Ich dachte, ich muss jetzt hier 1500 Rätsel lösen, um an die Flasche rumzukommen. Ähm. Soll ich das jetzt ablehnen? Ich bin bei so vielen Gesprächsdingen irgendwie immer etwas kribbelig, ob ich denn wirklich das Wichtige auswähle oder nicht. Aber erstmal will ich das doch mal haben. Na, das ist doch mal ein Wort. Vielen Dank, der Herr. Hauptsache, Sie glauben mir, dass ich ein erfolgreicher Abenteurer bin. Da haben wir schon den rum. Das ist ja klasse. Aber du hast bestimmt noch mehr zu sagen. Na, noch immer interessiert an einem Gespräch mit einem erfolgreichen Abenteurer? Mh, ja, weil ich nämlich... Ich bin auch ein erfolgreicher Abenteurer. Und Kapitän. Kapitän? Von welchem Schiff? Ich kenne alle Schiffe in der Region. Von der legendären Charming Princess. Charming Princess? Nie gehört. Ach ja, doch. Ist das nicht das Schiff, das mal vor Bali auf Grund gelaufen ist, weil die Mannschaft betrunken war? Ja, die Geschichte erzählt man sich heute noch im halben Indischen Ozean. Das war wohl eher diese Farming Princess. Sieht der Charming Princess zum Verwechseln ähnlich. Sagten Sie nicht, Ihr Name sei Keen? Lassen Sie uns das Thema wechseln. Ha, gut. Ha, das gefällt ihm wohl. Außerdem muss ich mal sagen... Ist mir doch egal, ob Sie erfolgreich sind. So reagieren die meisten erfolglosen Abenteurer. Äh, ha. No, was hast du jetzt davon? Missy, bist du jetzt fertig? So, jetzt reicht es aber mal, oder? Schade. Sag mal, wie lange fummelt sich die Lady denn da an dem Verschluss von dem BH rum? Das gibt es doch gar nicht. Das kann ich ja schneller. Und zwar mit einer Hand. Also an meinem eigenen BH, natürlich. Bin ja nicht ungezogen oder so. Wir haben rum. Okay. Fortschritt. Schneller Fortschritt. Männers? Gibt keine Spende. Halt die Klappe. Äh, wo ist denn hier Vogel Mexiko hin? Ach, da steht er ja. Okay. Ich war noch nicht weit genug. So, Männers. Hier, guck mal. Was der Papi für euch hat. Prost. Hier, nehmt diese Flasche. Das war's dann wohl mit meinem Geheimversteck. Naja. Mehr als diese 30 Schilling sind sowieso nicht mehr drin. Okay. Also das heißt, wir haben jetzt die abgebrochene Geheimverstecksmorscher Holzplanke und wir haben 30 Schilling. Sind wir in Österreich oder was? Was waren 30 Schilling nochmal? Das waren, äh, 2 Euro und 12 Cent, glaube ich. Naja, da kommen wir auch nicht weit mit. Aber du quatschst jetzt mit uns, Kumpel, oder? Sag mal an. Hallo. Na dann, nachts sind alle Katzen grau. Äh. Haben Sie etwas gegen Katzen? Tja, lassen Sie es mich so ausdrücken. Der frühe Vogel fängt den Wurm? Äh, ja, ähm. Herrje, die Parole. Wie soll ich wissen, ob ich Ihnen vertrauen kann, wenn Sie die Parole nicht aussprechen? Es war nie von einer Parole die Rede. Nicht? Verdammt, da haben die Kollegen vom Auswärtigen schon wieder geschlampt. Es sollte einfach mehr Agenten von meinem Schlag geben. Dann wäre auch das Empire nicht dauernd in Gefahr. Also dann, sind Sie Mr. Keen? Hm. Ohne eine Parole verrate ich Ihnen gar nichts. Oh, äh. Tja, äh. Wie gingen die nochmal? Ach, lassen wir die albernen Parolen nochmal beiseite. Braucht sowieso kein Mensch. Nun gut. Dann werde ich Sie mal ein bisschen einweihen. Natürlich nicht besonders viel. Immerhin sind Sie nur der Kurier. Also, ich, der beste Agent, den das Empire zu bieten hat, werde nach Tooth Island geschickt, um zu schauen, was der abtrünnige Dr. T. dort so treibt. Denn das Empire steht vor einem schweren Schicksalsschlag. Eine seltsame Art von teefressenden Pflanzen frisst die indischen Teeplantagen leer. Nur eine Teesorte bleibt davon verschont. Die Sorte des Dr. T. Seltsam, nicht wahr? Oh ja, allerdings. Hm, und wie seltsam das alles ist. Das, meine lieben Freunde, erfahren wir in der nächsten Folge, wenn wir mit unserem lieben Agenten noch ein wenig weiter quatschen. Bis dahin. Ich wünsche Sie. Ich wünsche Sie.